Musik Aus Blumenau-Gemände werden wir mit Jesus gehen, unsere Mitmenschen leben und Gott dein. Jesus ist an unsere Medikum, er hat uns klar und ganz offenbart wer Gott ist. Er hat uns Gottes Welt offenbart und durch sein eigenes Verbild gelehrt, wie wir durch Gott ein erfeldet Leben können haben. Die ganze Bibel, der uns lehrt, will denken und will handeln, will wir durch Christus seine Wagen und Leer utleiden. So ist es zu gehen, so will wir auch mit Dampfwagher und Jesus sind nicht nur in Anleitung hier. An drei Nufolien in uns sind direkt dran. Wir wollen auch tunne streben, dass wir Jesus ähnlicher worden, in einem jeden Teil von uns Leben der Sünd mäden. Wir wollen lernen, wie wir in unserer Zeit und in unserer Jahre mit Jesus kommen können. Wir wollen einen Platz beenden, wo sich in jeder einer geläuft und abgenommen fällt, und tunne sein, dass Menschen integriert worden und aktiv mitarbeiten. Wir wollen einer für den anderen durch sein und uns gegenseitig halten. So als Jesus in den Juden und Händen skloven in Frieden, in Mann und Frieden, eine Gemeinde mehr, so werden wir auch aus Mann und Frieden, Kinder und Großeltern in der verschiedenen Kulturen miteinander untergehen in unseren Hörern die verschiedenen Sprechen werden wir mit Dampfwaghert annehmen in den Vieren. Dort ist auch ein Ziel, zu den anderen Gemeinden breitend zu werden und zu helfen in dieser Jahre zu schaffen. So als Jesus kam, um zu däunen und nicht an Bedeunen zu werden, so werden auch wir in der Bühne unsere Mitmenschen däunen. Wir wollen in unserem Jahr und in unserem Land in der Welt wie das Evangelium verkünden und Menschen gesellschaftlich, physisch und wirtschaftlich halten. Gott raubt uns, ein Segen zu sein, einen positiven Anfluss zu haben, in unseren Menschen hoffentlich zu geben. Wir sind auch in Segen, an denen wir versächtlich mit der ganze Schöpfung umgehen.